ARD Text im Auftrag von Funk 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 Pato Nice Okay Richtig kaputt Ja das ist so dringend weg zu Ja 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 So Ich bin hier grad absolut unter Feuer Zweifache Vergrößerung ohne Bajonett Ab E oder ab Rettbewerb Miliwaffe? Ja Spaten Spaten ist immer gut hart zu haben ne Oh mein Gott Pato holt den Flugzeug Ich mit dem Schütz runter Ja klar Ach hier hat die ja Pato das ist nicht die Waffe die du hattest die du jetzt mir gesagt hast Ich? Weil irgendwie sieht die anders aus als deine Ich hatte die Dingsversion Guck mal wie die Alter wie schnell man eigentlich immer stirbt ne Aua Irgendwas bewegt sich unter uns Den Flieger hab ich Ich kann auch das Ding hier vorne nicht steuern Um Ja ich glaub da musst du nochmal respawn oder so Ich kann auch nicht mehr ausspannen Oh nein von hinten Hinter euch Auf der erhöhten Mauer Ja Zwei Leute Einer hat nen Headshot ich bin tot Einer hat nen Headshot ich bin tot Ja das hatte ich aber auch gestern schon Das müssen sie unbedingt fixen sogar Das ist ja doof Ja das ist unmöglich ich kann hier nichts steuern gerade Nur mit richtig vielen Lags Ja aber mal einfach Infanterie ist Echt behindert Warte macht schon wieder Feuerwerk Warte macht schon wieder Feuerwerk Naja ich räuchte eh Ja dieser Punkt da oben wo die Gegner Das ist richtig scheiße Einzunehmen Und ich Da hab ich mich gestern Abend richtig schön drauf Warst du den oder ist der runter gesprungen? Ich bin ja runter gesprungen Ich bin ja Sau Okay der ist ja tot Bist zu hoch oder? Ja Ah bin ich jetzt hier Eröff mir mal ein Medic her bitte Ich hier Boah Bin fast tot Da kommen wieder welche aus der Aus südlicher Richtung Folgst dir? Ja du kannst echt nichts benutzen gerade WTF und ich komm auch nicht raus Na du musst länger drücken und dann gehts irgendwann Behindert Noch einer mal da unten Bei mir oben Ach man das ist doch behindert Das ist schon wieder verpackt die Hölle Da oben ist einer Hast du den? Nein Das muss ich jetzt irgendwie mal rauskriegen Das ich immer wenn ich Visiere dann Sprint drücke und ich den Autobahnführer rausgehe Also übrigens Padu ich kann dich nicht halten ne mit der Superklasse Doch das geht Du hast mich gehalten Echt? Ah jetzt wird das auch angezeigt Dann ist das auch gerade laggy Ich bin gerade so froh dass ich mehr FPS bekomme gestern das war ja echt schlimm Lul auf die Entfernung Ok Oh Brückshot Der echt vom Pferd gefallen ist Wahnsinn Der echt vom Pferd gefallen ist Wahnsinn Ja der ist gestorben Es gibt echt kein Bullet Drop ey Das ist so lustig Oh bei Immer bei immer in dieser scheiß Festung Ah hier ja in der Festung Komm wieder Ja hier in dem großen Turm Wo ich gerade drauf zulaufe Ich bin halt mega langsam mit meinem Kit Mit dem Kit? Aha Mit meinen Kits Mein Gott Sensitivity zu hoch Aber da ist ne Leiter Das wissen die meisten nicht Wo ist ne Leiter? Ja Auf den großen Plattformen Burn baby burn Oh ich bin schon wieder tot Ey ich spiel jetzt gleich keinen Medic mehr Wenn keiner von euch das macht Ich bin schon Medic Ich bin schon Medic Aber wo seid ihr denn die ganze Zeit? Ja ich war gerade versucht Versuch nicht zu sterben Die Gegner zu hunden Aber War ich anscheinend der einzige Ja Wie soll verbrennen? HeMa Geht man immer die Gegner hierher? Yo Xlio Ja Kannst du's dann vielleicht an den einen Platz noch freimachen bei euch im Squad? Ja schmeißt den Catmereen da raus Wenigsten geht das jetzt schnell Da hat das Boot gelandet, auf der nördlichen Seite. Da ist noch welche ausgestiegen. Na die kommen hier hoch bei mir. Nein, ich bin runtergefallen. Okay, ich hab den einen. Kommen wir da wieder hoch irgendwo? Achtung, Loco, ich geb dir Deckung. Ja, das ist schon zu spät. Ah, schade. Achtung, komm mal her wegen Health. Oder brauchst du was? Ja, ich steh auf. Oh mein Gott, ich bin... Ja! Soll, wo bin ich jetzt gelandet? Ja, hier unten. Hier unten ist ne Treppe. Achtung, Boot kommt. Ah, das ist scheiße. Mal gucken, ob ich das Geschütz benutzen kann. Vielleicht, wenn ja, dann ist es gut. Echt schwer, da einen zu treffen. Ne, oder? Ne, Geschütz geht nicht. Keine Chance. Wie geht das? Nur ein bisschen Skill. Komm jetzt mal aus. Wie tun, lerne. Wieso geht das bei dir? Was? Oh, jetzt sind wir die ganze Festung. Ja, guck mal Alex, bei ihm geht das lustigerweise. Bei uns geht das eben auch nicht zu steuern. Ja, ich hab das einmal gefixt mit dem Flugzeug. Also, was ich hier sieht, gesischt hab. Hallo, ich möchte hier rüber. Ich bin behindert. Vielleicht, wenn du ein Auto findest, versuch mein Auto zu steigen und dann zieht man ihn weiter. Na, das ging auch nicht. Ich glaub, du musst sterben. Lass mal, nochmal Reha's Order schnell. Na, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir hinwollen. Wann mal? Bravo. Äh, Alpha. Bravo willst du? Ja, Bravo kommt ja vor. Ne, ja. Ich bin so langsam mit meinen scheiß Flachenreiber. No, ich bin echt wieder tot. Hier war ich Feuerschutz. Dann gehen alle Ehe. Keiner fand durch. Ja, da sind zu viele Leute. Fährt. Okay, Fährt ist tot. Einer muss noch mit vor zu Pato und dem heilen. Warte. Ja, bitte. Komm, warte. Ich bin unterwegs. Ja. Komm, warte. Oh, ja, ja. Medic! Ja, komm, dann lauf doch nicht weg. Wo bist du? Ja, ich kann nicht so schnell werfen davon. Es dauert ganz schönes Teil. Oh mein Gott, da ist ein Typ, der liegt da auf dem Felsen. Ja, ein bisschen. Rauch. Aua, 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 aua. Du hast mich angezündet. Du hast mich angezündet. Achso. Ja, aber kriegt ihr Schaden? Ja. Ja? Echt? Oh Gott, ich wurde instant weggesniped. Jo, ich auch. Ah, da komm ich nicht hin, weil du denkst. Ich guck mal am Leben, du musst dir gucken. Alter, hä? Okay. Bleib am Leben, Loco. Das eine muss mich aufheben. Oh, laggy gerade bei mir. Da ist ein Todesfeder. Als ob die Server überlastet sind, spielt sich das gerade so ein bisschen. Danke. Nein, fertig, fertig, fertig. Ja, ich glaube schon. Ihr könnt nur ganz selten werfen. Das ist ein bisschen schwer hier mit dem Ding. Ihr könnt immer zwei ineinander werfen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Immer noch hinter uns. Ich wurde instant weggesniped gerade. Oh, scheiße. Okay, wir müssen hier weg. Ja, ich wurde auch weg. Ist mein Boot nicht mehr. Jo. Ich bin schon wieder tot. Jungs, ich lieg direkt an. Lass doch nicht weg, Loco. Loco läuft nicht weg. Ja, du liegst direkt bei den Leuten da. Die. Ja, jetzt bin ich tot. Ich versuch mal das Boot. Ne, das Boot funktioniert ja bei mir nicht. Scheiß auf. Das sprengt nix wiederzubeleben. Wiederbeleb ihn, los. Nein. Ah, Panzer geht bei mir auch nicht. Ne, er ist leider direkt wieder gestorben. Hey an alle. Was? Ja, no. Keine Ahnung. Schön. No, no. Ja, das war auch nicht schlecht. Ich glaube, mit einem Kampf einfach aufmachen. Du kannst ihn nicht mehr bewegen. Als ob er mich so oft hitten kann. Witz. Ja, wir verlieren die ganze Festung. Geil. Na, die holen wir uns nicht wieder zurück. Geh mal zu Alpha. Ich kann aber auch keine Seed. Ah, jetzt kann ich switchen. Jetzt ist dein komisches Loch. Ja, und ich werde halt instant von irgendwas... Alter, die glauben wir alle Kills. Was ist denn hier los? Alter, was ist das denn? Ich kann im Spawn von der AA angekillt werden. Ja, die Ranch hat das für mich zu. Sorry, aber haben die aus der Beta nichts gelernt? Die haben die jetzt noch stärker gemacht. Alter, da hinten ist ne 5 Millionen Sniper. Haben wir Sniper hier zufällig? Ne, ne? Die Map gefällt mir nicht so gut wie die anderen. Okay, jetzt sind wir zu leise. Okay. Ich mach jetzt einfach das. Ich wollte einfach die anderen leise haben. Wir sind noch knapp fast bei Alpha. Lass uns mal Alpha nehmen. Ah, ne! Das ist unsere Backflag, Leute. Ja. Ich hatte die 825er Extended. Na, jetzt hab ich mir die falsche gekauft. Ja, genau. Lass uns einen Backflag nehmen. Oh, fuck! Oh, fuck! 10 Meter. Mal gucken, ob der Medic seinen Job macht. Nö. Für was ist man dann Medic? Weil man Dom ist. Dom. Findest du mal ein Medic? Ist überhaupt gar keiner da? Alter. Rechts! Ja. Oh, Han Kanata. Ja, Han Kanata hat mich. Ich bin dabei. Einen hab ich. Den zweiten auch? Nein, ich hab die Maske noch auf. Jetzt wunderschön. Ich schießt aber schon wieder irgendwas. Okay, hab ich. Oh! Ich bin tot. Direkt bei mir, direkt bei mir. Da hat er noch 24 HP. Direkt bei mir. Der liegt da, liegt da rum. Unter der Palme. Der ist fast tot. Ah! Pony, dich krieg ich nicht mehr. Oder? Ja, doch, doch. Aber der liegt da noch. Unter der Palme rechts. Unter der Palme rechts. Pass auf, Pato. Ab ihn. Oh ja. Alles knapp. Oh. Hinterreich. Alter, hier sind 5 Millionen Gegner. Wo kommt die alle her? Ich bin da die ganze Zeit gespronged. So. Ja, das stimmt. Dann haben wir gleich wieder das Charly. Wir müssen mal mit mir Battlefield spielen, wenn ich laut werde. Oh, ein Panzer. Hä? Wo bin ich wieder raus? Ne, hier gehe ich nicht lang. Das man... Hier sind die Mühe ist, ne? Aber ich kann wirklich nichts gegen machen. Also... Geht einfach nicht lauter. Ohne, dass das Mikro anfängt. Höne von sich zu geben. Was es nicht soll. Mach das dann immer. Links oben. Na. Wo ich mir? Warte. Oh nein. Ne, ich bin ja tot gesnipet. Ne, quench. Wie weit ist die weg? Komm bitte nicht wegsnipe, man. Warte, X dir. Ich komme. Na, du hast noch 3 Sekunden oder so. Ja, auch. Den hat's erwischt. Oh, das fehlt der Gas, ey. Ja, das ist doch unser Gas. Du. Damage. Ne, der Hustet nur, aber der Kuss ist kein Damage. Ach so. Mit Down. Natürlich auch gern. Ja, ich komme. Da hatte ich den Love hier gerade alles. So ein bisschen. Becken, ob da Gegner sind. Irgendwie hier habe ich so das Gefühl, ich habe irgendwie zu dir die Tasten nicht so. Toll. Da gehe ich jetzt auch auf 4, aber... Was lustig ist... Wo ein Sniper, warte mal. Ja, der Sniper ist auf dem Ding da oben. Der Snipe-Typ rum. Lass mal D holen, oder so. Ich hab ihn... Oh, ich hab ihn wirklich gesnipet mit der Magic Waffe. D willst du holen? Ja, können wir uns mal D angucken, wie das aussieht da oben. Ja, das ist richtig schön. Snipernest. Ja. Ja, einfach hin und alle wegdrehen. Wir haben die richtigen Waffe gegen dich. Hier unten ist ein G, das ist nämlich. Oh Gott. Fatou, du musst da weg. Die kommen alle zu dir gerannt. Ja, wir tot. Ich wurde aber von der Festung gestreibert. Oh, ja, ich auch. Mann. Doch, ich hab mich hochgepackt. Ich bin neben denen. Ich habe dagegen sorgt die Eier. Nein, 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 nein. LOKO! Brauchst du aus dem Punkt gerade, da ist ein Panzer. Spawn bei mir, ich bin hinter dem Ding jetzt. Hinter der Delta. Ja, warte. Du bist unter Viya. Echt? Nö. Doch. Ja, jetzt können wir spawnen. Ja. Ich komm mit LOKO, auf der anderen Seite. Ich glaub wir haben's sauber schon. Nice. Top. Hier sind doch ein Haufen Pucks, oder? Cool, dass man die nicht benutzen kann, die Dinger. Schade, eigentlich. Oh, bin tot. Ja, ich hole dich. Aus Spawnen, von denen kommt noch was. Achso, das ist einfach oben am Berg. Weg. Ja, ja, ich bin hier rum und mach erstmal alles. Ah, bin wieder tot. Der hat mich wieder. Ah, mich hat er jetzt auch. Warte, ich krieg euch. Du wachst hier voll im Ding rum, ich krieg dich nicht. Hinter dir. Irgendwo. Funktioniert nicht. Boah, ich krieg ihn auch nicht. Das haben wir doch eigentlich gefixt, oder? Ja. Hä, mich hat einer dann geradzt. Wir haben das geschafft. Oh, wir kriegen... Oh, wir kriegen... Alter, wie geil ist es denn hier gerade. Der Fest kommt absolut was rein. Ja, das ist mit Schiff, oder? Oh, Mann. Die Fiat Gans, die muss man nicht mehr ausschalten. Kann man kaputt schießen. Warte mal. Fiat Gans Krieg incoming. Gibt's hier irgendwas anders noch? Hier oben? Ne, ne? So, wo wollen wir hin? Bravo fällt, ne? Wollen wir zu Bravo wieder? Ja. Oder die Festung eigentlich? Ja, Festung, da kommen wir nicht ran, glaube ich. So wie es gerade aussieht. Guck mal, da sind fast alle Gegner gerade. Das Problem ist doch auf B, werden wir gesnipet von denen, die die Festung halten. Na komm, Bravo. Holen wir. Weißt du? Hat nur 5 Schuss, hat jemand Munition zufällig? Ne, sorry. Das ist mal G? Ne, G ist schon. Das ist nur 3 Leute. Lass mal rüberschwimmen, zu E. Da wo die Snipes gespottet sind. Ja. Oh. Einfach, mach mal die. Na, ich suche mir noch ne Waffe auf dem Weg dahin. Enemy Dreadnought ohne Schuss. Nice. Ey, das Stiff haut richtig rein, da müssen wir aufpassen. Da ist die Festung besser, als alle Sanderer. Klar, ich hab die Feat Gun zerstört. Ich werde besnipern, ich komm da niemals hingeschwommen. Ja, ich bin vorher tot. Ich bin schon da. Dann sporn ich bei dir. Aber dann gibt's hier die... Automatico. Ja, ich bin tot, ach du rechts von dir. Oh Gott, oh Gott. Loco, überleben. 2 Sekunden. Ich sterbe Loco. Ach, er hat sich selbst getötet. Soll. Alle da? Nein, ich bin nur noch. Der Switch da. Vorsicht. Boah. Der hat mir einen guten Trott gegeben, ey. Enemy Dreadnought, wir sind so befähig. Was ist das? Loll, Pato. Okay. Die Feat Gun geht gar nicht mehr. Okay, rein da. Ah, mein... Alter, dieses... Die Waffe ist so stark von den Medics, ne? Oh, ich brauch... Von gegenüber. Ich brauch Heal. Warte, wir wirf rüber. Danke. Ja, dann müssen wir hier rein. Wir müssen rein. Ah, wir haben... Da kommt... Loco. Der ist tot. Okay. Da kommst du keinen Meter rein gerade. Wir müssen da rein, sonst haben wir keine Deckung. Oh, auf einmal ist neben mir einer. Links in die Tür, links in die Tür, in den Bunker. Von mir. Ich renne. Ich geh mal steck auf. Ich glaub natürlich nicht. Ah, stimmt. Bei Delta ist irgendwie... Ey, das ist so ein Gekämpe, Mann. Oh fuck. Soll ich dich holen, Loco? Ja, kannst versuchen. Die hat er abgelenkt. Alter, Delta wird überrannt. Von dein letzter Typ. Nein, jetzt natürlich nicht mehr. Ich muss weg. Ich muss... Och, Mann. Ey. 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 Okay, lass dich längst lang gehen. Los. Ja. Ich hab eben nur 25 Schuss. Hä, sind wir einer wegen am Squad? Oh, das... Die aufstellen. Ist irgendwer raus? FIFA? Spielst du nicht mehr mit? Ja, ich bin gerade rausgeflogen. Jetzt bin ich auch wieder drin. Okay, dann schmeiß man die Insta-Shots da raus. Und der Spacko halt. Ja, wenn du Zeit hast. Achtung. Los, los, los. Oh, danke. Ihr... Ah, ich kann nicht pingen. Ich wollte gerade pingen wie bei Rainbow. Achtung, Klaus. Ja. Ich kann euch nicht helfen. Ja, hat mich. Ja. Ja. Ach, was macht der da auch? Ich verstehe nicht, warum... Ich hole euch, ich hole euch, ich hole euch. Er ist da noch. Er ist da noch. Schnell, komm. Schnell, komm schon. Mach da oben drauf. Danke. Boah. Der ist ja immer noch am Leben! Nein, ich hab gedacht eben... Was war der? Du hast doch gesehen, in der Deathcam, dass der... Ja, aber ich hab auf ihn geschossen und auf einmal halt... Ach, weiß ich... Aus irgendeinem Grund hab ich gedacht, ich geh den erschossen. Hä? Wollte ich's topen hier hinten? Oh, nee. Und da. Boah. Alter. Die kommen auch... Die aus allen Richtungen, ne? Ja. Weiß nicht, die Foxtrot nehmen wir dann an. Die kriegen wir jetzt hier, ne? Die Mauer oben ist hier. Ja, die... Ich werde dann irgendwo besnipen, oder? Die sind im Bunker. Im Bunker sind auch welche. Okay. Warte, auf der Richtung, der wir gerade gekommen sind. Ja, wurde gekillt, bei der Pistole. Ja, wir kommen sie. Ja, ja, ja. Da sind vier oder fünf Leute drin im Bunker, wo meine Leiche liegt. Oder noch mehr. Oh, die kommen jetzt raus. Oh Gott. Was? Oh, hast du mich auch von hinten tot gemessert? Ja, ich bin auch tot. Passt auf. Direkt gesniped einfach wieder. Oh, das ist toll. Granate hier drüben. Dann haben wir noch so viele da unten? Pony, Pony, nicht sterben. Ja, ja. Kommt mal ran und werft da... Ja, da sind noch alle. Werft da mal was rein. Jo, Feuer. Da brennen vier Leute jetzt. Pushen, pushen, pushen. Einfach reinhalten. Warte, wenn das Feuer weg ist, können wir... Ja, wir können... Alter, was für eine Vernichtung hier gerade. Perfekt gemacht. Hier rechts rum, dass alles fehlt. Boah, ich brauch'n Medic. Top gemacht. Danke. Ja, die Waffe macht das automatisch. Ne, von wo? Hinter uns. Boah, Gott. Granate. Er hat eine Granate. Ich bin auf einmal weggeflogen. Oh, ich bin tot. Nichts wieder. Ich bin auch sehr tot. Achtung, Pony, im Gang noch einer. Ja, noch einer. Er hat zwei, einen wieder erlebt. Zwei. Echt jetzt? Mich aufheben. Halt die Fresse. Was geht denn hier gerade ab? Ich hab Munition jetzt so. Ich hab eine Klasse von denen auch gehoben. Okay, geh mal her. Äh, nur die kleinen leider. Geil, reicht schon, danke. Okay, durch da. Sind das die hinter uns spawnen? Ja, ja, die spawnen die ganze Zeit hinter uns hier drin. Deswegen wundert mich das ja irgendwie. Ganz komisch. Okay, aber jetzt haben wir Echo. Vielleicht war das der Echo-Spawn. Ja, das kann sein. One-Banks gibt's ja nicht, ne? Ne. Was gibt's nicht? One-Banks gibt's nicht, ne? Boah, da liegt Sniper auf dem Delta. Sooo. Ich kann mal kurz den Typen rauskicken. Ja. So, jetzt auf das Schiff. Autoshock. Ach, ist unser Schiff? Ne, ist nicht unser Schiff. Ab an die Pucks. Ich ging kaputt. Jetzt verstehe ich auch, wofür die Pucks da sind. Ja, wofür die Pucks da sind. Ja, das ist echt ein bisschen weit weg. Höher zielen. Auf dem bisschen ungefähr so hoch wie der Mast ist. Äh, wie dieser... Echt? Auf dem bisschen. Ne, auf weiter. Viel höher. Das ist so weit die Kugel gar nicht. Scheiße man, die ist echt fast zu kurz. Du musst unglaublich hoch zielen. Du musst höher ziehen als die Sonne. Das ist aber... Da ist einer. Achtung, da kommt einer. Achtung, da feuert, da feuert. Pass mir hier rein. Ja. Ne, das... Wow. Alter. Was passiert denn jetzt? Natürlich. Ja, das Boot hat einen Fündbarkeller gemacht. Warte. Warte. Hast du's gemerkt eben? Wurde einfach wegkatapultiert. Das hat mir der Gorsch gerettet. Oh Gott. Da ist grad ab so Party, oder? Alles klar. Kurz mal hier geparkt, das Pferd. Na hier ist überall Party grad gefühlt. Hey, das geht ja voll ab da gerade. Und, holt er mich noch da? Du lebst wieder. Oh, nice. Oh, Pferd von rechts. Oh Gott. No, der ist tot, okay. Wo ist hier ein Pferd? Also? Na, ist tot. Alpha wird wieder genommen. Na, Deltas, schneiden wir uns runter. Ja, dann lass mal Alpha nehmen. Das kommt mit verlieren. Das kommt mit mir. Leute, Bajonett chargen durchs Wasser. Das ist super effektiv. Ja. Das lohnt sich, glaub ich echt. Zeitlich. Ich nehme das Bajonett bei mir überall wieder ab, dann... Oh, ich wurde weggesniped. Ich weiß, keine Ahne von wo hinter mir irgendwo. Ja, ja. Ja, guck mal her, ist ein Gegner bei mir. Oh, stimmt. Übers Wasser ist das wirklich... Was ist das schon fast Bug-Using? Nee, nee. Du bist trotzdem ganz normal. Oh, die Idee ist ein Gegner bei mir, ne? Ja, aber durchs Wasser läufst du halt langsamer, ne? Ne, ne. Doch. Ja, ne. Durchs Wasser läufst du langsamer. Wieso? Nicht so wirklich. Oh Gott, was war das? Was ist denn? Das ist das Boot. Ich glaube, wir können direkt woanders hin. Das Boot versinkt gerade, alles gut. Sorry, wo bist denn du? Da am Arsch der Welt. Ja, aber... Da ist ein Kollege, der hat eigentlich einen Medic. Okay, das Schiff ist kaputt. Gib nochmal Order. Das gewinnen wir. Alles cool. Auch wenn da nicht mehr viel passiert. Oh, oh. Boot in der Mitte. Boah, ich war gerade weg. Was vom Tankgewehr? Ja. Wo ist das eigentlich das Schiff? Ist das Schiff tot? Ja, das Schiff ist tot. Ist das da hinten, ne? Ja. Ja. Jo! Jo! Jo, wie ist er explodiert da hinten gerade. Der Tankgewehrtyp. Wie geil sieht das denn aus? Der Reiter. Ja, ich war tot, bevor er überhaupt auf meiner Höhe war. Also, ich hab ihn noch 10 Meter vor mir gesehen, war schon weg. Ja, ist ausgestiegen oder ist tot. Ist einfach weggeploppt gerade das Boot. Ja, bei mir auch. Ist da barrieren noch ein Boot hinter mir? Ja. Ja, bei mir. Ja, bei mir. In einem da dritten riffle. E in einem da dritten Geschirr Corners. Deine